Entschuldigung, sind Sie Gast in unserem Haus? Ja, ich muss sagen, hier ist ein Frühstück. Es fällt mir richtig gut, aber warm ist es hier bei Ihnen. Merken Sie, es ist voll eine Hitze hier. Man blühter. Ja, ich blühter. Ja, ich blühter. Ja, ich blühter. Bis zum nächsten Mal.